Und wir sind hier, um ein Zeichen zu setzen, für unsere Rechte einzustehen. Wir selbst stehen für unsere Rechte ein. Und der Slogan der diesjährigen Demo, wann... Jetzt muss ich noch mal nachdenken. Take back the future, auf jeden Fall. Ich bin den Zettel jetzt gerade nicht, aber er ist nicht so schlimm. Ich habe das schon ziemlich cool gemacht heute, oder? Ich stehe heute hier für die INI Romnia. Wir sind eine Initiative von Berliner, meist oder eigentlich in Bundesrepublik Deutschland, lebenden Roma und Sinti Frauen. Wir setzen uns ein gegen Rassismus, gegen Sinti und Roma. Wir setzen uns ein für unsere Menschen, für unsere Rechte. Denn das ist es, was unsere Bürgerrechtsbewegung schon seit Ende des Zweiten Weltkrieges sozusagen ausmacht. Jetzt, ach so, und was ich nicht noch vergessen sollte, noch mal zu erwähnen, ganz wichtig. Heute Abend gibt es eine Abschlussparty. Und zwar um 22 Uhr im Südblock, das ist direkt am Cottbusser Tor. Kommt dorthin, es wird richtig krass gut. Wir haben eine Theaterperformance von zwei ganz super tollen Schauspielerinnen. Wir haben Musik, Fanfare Kalaschnikow, eine super Bläserformation. Original Roma-Musik, Bläserformation, die auch kommerziell jetzt mittlerweile bekannt sind durch Seed und Miss Platinum und so weiter und so weiter und so weiter. Kommt dahin, es gibt eine Sängerin, die auf drei Sprachen singt und performt, auf Englisch, Deutsch und Romanes. Und wir haben zwei richtig coole DJs am Stadt. Also seid dabei, heute Abend, Südblock, 22 Uhr. Auch ihr könnt kommen. 22 Uhr, Südblock, heute Abend, krasse Party. Jetzt haben wir einen Beitrag von Emanuel und er wird uns etwas erzählen. Applaus für Emanuel. Do you think blind people can be racist too? Yes, blind people can still have racial stereotypes. Based on the voice, on the friends, on the family, on the news. Denkst du, dass auch blinde Menschen rassistisch sein können? Ja, das können sie. Then, it's not about the view, like to see. I think it's about being open-minded. Es geht nicht um die Perspektive, wie man etwas sieht, sondern es geht darum, aufgeschlossen zu sein. It's about, let the person to say what he wants to say. Don't assume things before to hear everything. Es geht darum, dass ein Mensch das sagen soll, was er sagen möchte. Nicht einfach anzunehmen, was jemand ist oder denkt oder sagt. Als ich mich heute hier auf dem Weg gemacht habe, zu der Demonstration, habe ich jemanden nach dem Weg gefragt. Wie komme ich zum Brandenburger Tor? Und die Person, die ich gefragt habe, hat mich mit diesen kleinen Notizzetteln gesehen. Und er hat natürlich angenommen, dass ich ihm nach Geld frage, also bettele. Er hat mich noch nicht mal aussprechen lassen. Ich konnte noch nicht mal sagen, was ich wollte. Und das ist das, was uns allen passiert, wisst ihr? Wenn es um Religion geht oder um sexuelle Orientierung, um die Nationalität, Da sollte es doch eigentlich nur eins geben. Da brauchen wir doch nicht zu kategorisieren oder irgendwelche schlechten Schubladen erstellen. Denn in jeder Schublade kannst du von jedem Menschen sehr viel lernen. Nimm nicht einfach irgendwas an, aufgrund dessen, wenn du eine Person siehst, aufgrund der Entscheidung. Lass doch die Person erst mal sprechen und sagen, was sie möchte, bevor du deine Vorurteile hast. Seitdem ich ein Kind war, wurde ich diskriminiert. In öffentlichen Räumen und in der Schule, eigentlich vor allem in der Schule. Und ich fragte mich immer selber, was habe ich getan, dass ich das verdient habe. Und so begann für mich ein Hass. Ich bin einen falschen Weg gegangen, denn ich habe angefangen zu hassen, ohne zuerst darüber nachzudenken. Und dann habe ich die Kunst gefunden. Und die Kunst hat mich viel gelehrt. Sie hat mich gelehrt, toleranter zu sein. Sie hat mich gelehrt, mit allen Kategorien von Menschen zusammenzukommen. Ganz gleich, ob jemand Rom ist, Roma ist, Romni ist, Homosexuellist oder Schwul oder was auch immer. Denn für mich ist die Kunst eine interglobale Sprache. Anstatt die Zeit mit irgendwelchen Unnützen zu verschwenden, sollte man die Zeit benutzen, um etwas Sinnvolles zu lernen. Use the time you are wisely. Study hard and learn as much as you can. Nutze deine Zeit sinnvoll. Lerne, studiere und nutze das. Most people give up on their dreams because it's getting too hard. Too hard. Die meisten Leute geben ihre Träume auf, weil es einfach zu schwer ist. Zu schwer. Wenn du einen Traum hast, dann sollst du daran festhalten. Wenn du einen Traum hast, dann sollst du daran festhalten. Das ist das, was ich jetzt mache. Ich halte daran fest und ich lerne und ich lerne und ich lerne und ich gebe es nach draußen in die Öffentlichkeit. Und dann, you know, I look this to India, you know. Hier schaue ich nach Indien. You know, when people ask me, from which country you are. Wenn Menschen mich fragen, aus welchem Land kommst du denn eigentlich? Dann sage ich Rumänien. Und in Rumänien gibt es eine Landkarte. Aber das ist nicht die Landkarte der Roma. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mich als Rom in einer Landkarte identifizieren? Und das ist meine Landkarte. Und das ist meine Landkarte. Und das ist meine Landkarte. Nächstes. Das ist meine Landkarte der Roma. Das ist die Landkarte. Ich kam hier, weil es so viele Artikel und auch Leute in der Weltwahr II in den Konzentrationskampen kamen. Ich bin heute hier, weil es nämlich damals in den Konzentrationslagern auch sehr viele Künstler gab. Und diese Künstler konnten nicht gesehen, gehört werden. Sie kamen nicht an die Öffentlichkeit. Und deswegen bin ich heute hier, denn diese Menschen, die ermordet wurden in den Konzentrationslagern, die auch Künstler waren, sie konnten nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und deswegen bin ich hier sozusagen in ihrem Namen, um meine Kunst zu zeigen. Wir sollten glücklich sein, dass wir heute hier sind und nicht in der Vergangenheit. Und wir sollten etwas zeigen für uns als Roma und auch ein Gedenken an unsere Menschen, die während des Zweiten Weltkrieges umgebracht wurden. Vielen Dank!